Guck mal hier, eigentlich ist das gar kein Training für den Bauch, die Biggie versucht mit den Knien ihr Kinn zu treffen. Genau, Kopfnuss-Training. Das ist ein neues Prinzip, so ein Workout für zarte Frauen. Stellen wir heute vor. Extra habe ich jetzt die Biggie ausgesucht hier. Den machst du toll. Biggie hat mir eben gesagt, die liebt Beintraining, das ist ganz schön, weil die will jetzt wieder mit ihren kurzen Röckchen und den High Heels demnächst dann in Düsseldorf auf der Kö rumlaufen. In der Kö, genau. Oder? Nicht? Auf der Kö. Ist doch genau dein Ding. Genau. Du wolltest dieses Jahr mal auf die Bühne, hast du mir gesagt. Auf die großen Bühnen dieser Welt oder was willst du da machen? Sag mal. Ich versuche es. Du schaffst das. Abwarten. Also ich finde schon, dass... Guck doch mal hier. Guck mal, den Arm hier. Du hast die Biggie für die schöne Schulter an. Schöne Augen, was auch? Ich versuche es. Weiter, komm, mach nochmal. Mal gucken, ob du jetzt als Kind, jetzt mal richtig schiffst. Guck mal näher, ich stehe. Guck mal näher, ja. Da kriegst du ein paar. Auf die Flucht. Das ist doch eine tolle Übung. Was hast du da für ein Gewicht drauf überhaupt? Ich stehe zehn Kilo drauf. Ja, ich stehe zehn Kilo drauf. Das fühlt sich bei dir nur weniger an. Nein, das ist weniger. Ja, ich stehe die Stange nicht. Die Stange. Jetzt war nicht so ein Gesicht. Das macht doch Spaß. Ja, super. Ich danke dir. Demnächst habe ich mir gedacht, trainier ich mal mit dir. Machen wir. Mal gucken. Ich habe zwar schon ein bisschen Angst, aber muss ich Angst haben? Nein, oder? Was machen wir? Ich muss erst mal legen, wie du am stärksten bist. Wo bist du am stärksten? Ja, ich glaube nicht. Rücken bist am stärksten. Rücken bin ich aber auch gut. Ja. Ich bin in Bankdrücken scheiße. Wie wäre es denn damit? Ja, machen wir. Machen wir? Gut. Alles klar. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Tschüss.